Sehr geehrte Damen und Herren, Online-Bewertungen sind so wichtig wie noch nie für Unternehmer und Unternehmerinnen, aber auch für die bewertenden Personen und die Gesellschaft, weil wir darauf vertrauen, dass diese Informationen stimmen bzw. diese Informationen einen großen Einfluss auf unsere Kaufentscheidungen haben. Wenn Sie das Thema interessiert und Sie die rechtlichen Hintergründe oder praktische Tipps und Tricks dazu erfahren wollen, dann kommen Sie gerne in mein Webinar. Ich freue mich auf Sie.